Herzlich willkommen zum HIFI-Forum Video-Podcast, heute über und mit der Firma AVM, einem der deutschen Elektronik-Spezialisten im High-End-Segment und wir haben uns dazu prominente Verstärkung geholt, niemand geringeren als den Geschäftsführer und Eigentümer der Firma AVM, Udo Besser. Udo, herzlich willkommen im HIFI-Forum und herzlich willkommen zu unserem Video-Podcast heute. Ja, danke Heiko, freue mich, dass ich mal in eurem Podcast auftreten darf. Es gibt ja auch eine Menge zu erzählen, also wir haben uns ja viel vorgenommen für heute. Genau. Udo, fang mal ganz vorne an. Wie bist du zu der Firma AVM gekommen? Das war ja so ein bisschen Jungfrau zum Kind. Ja, die Firma hat ja eine über 35-jährige Historie. Also das heißt so, ich bin seit etwas über zehn Jahren dabei, habe die Firma von den Urgründern vor, wie gesagt, über zehn Jahren übernommen. Die Firma wurde dann immer größer und ich habe der Firma auch in eine etwas andere Richtung gegeben. Sprich, wir haben neue Produkte wie zum Beispiel Plattenspieler, All-in-One-Geräte, Digitaltechnik und so weiter angefangen zu entwickeln. Die Firma, also AVM, die Wurzeln gehen ja zurück bis in die 80er Jahre. Und dort wurden, also das heißt, das Rückgrat der Firma besteht ja eigentlich im Verstärkerbau, ist auch heute noch das Rückgrat der Firma. Ja. Und von da aus habt ihr sozusagen das Programm entwickelt, neue Verstärkerlinien, glaube ich, aufgesetzt, auch in verschiedenen Preisklassen, euch diversifiziert, wie man das so sagt. Genau. Und dann aber auch weitere Produktlinien geschaffen. Ja. Und da greifen mehrere Dinge ineinander. Günther Manja, der Urgründer, ist ja heute auch noch Teil unserer Entwicklungsabteilung. Natürlich mittlerweile mit etlichen anderen Kollegen, die sich ebenfalls um alle ihre Spezialbereiche ordentlich kümmern können. Und dann die Expansion auch in die Weltmärkte. Sprich, wir bedienen heute knapp 70 Märkte um die ganze Welt. Und da gibt es eben einfach verschiedene Anforderungen in Asien, in Amerika, in Afrika, auch in Europa sind die Anforderungen an die Geräte enorm komplex geworden. Das bedeutet auch, dass ihr insgesamt eine, ich sage jetzt mal, kritische Masse, Größe erreicht habt, wo ihr euch ja dann an Technologien ranwagen könnt. Thema Streaming, App habt ihr ja eine eigene jetzt zuletzt auch wieder neu auf den Markt gebracht, die ja sonst schwierig zu realisieren werden, vermute ich mal. Ja, und die sind ja unglaublich teuer. Also das heißt, teuer deswegen, weil einfach wahnsinnig viele Mannstunden drinstecken. Also zum Beispiel so eine App, die macht sich nicht von alleine, sondern da sitzt man drei Jahre lang, aber nicht nur ein Mann, sondern ein halbes Dutzend Leute, um so ein Streaming Engine, den wir auch und diesen X-Stream Engine, da haben wir übrigens auch den Namen geschützt bekommen. Die ganze Funktionalität dort drin ist ja eigentlich eine Multiroom-Anlage, die wir so langsam Stück für Stück eben aufdecken können. Okay. Da hat jemand gerade schon so einen kleinen Hinweis gegeben, wo die Reise vielleicht mal hingehen könnte, wenn ich jetzt genau zugehört habe. Genau. Also das heißt, auch diese Dinge, selbst in unserer jetzigen Größe können wir immer nur Stück für Stück, wie du gesagt hattest, herausbringen. Das heißt, man sieht es ja jetzt mit den All-in-One-Geräten, mit den anderen Streaming-Geräten in den anderen Produktlinien. Und natürlich gucken wir dann eben, weil ich gesagt hatte, in den anderen Märkten, also in Asien, sind Multiroom-Lösungen und in Amerika ebenfalls extrem stark gefragt. Klar, wir sind eine High-End-Firma, wir bleiben immer bei unseren Wurzeln, also das bleibt immer der Kern der Firma. Wir bauen immer unsere Verstärker-Boliden und leiten daraus aus diesen Technologien alle anderen Produkte, die wir machen, ab. Was das Faszinierende ist, dass ihr auch mit den neuen Technologien immer, sagen wir mal, unter den Besten mitspielt. Was ist das Geheimnis dieses, ja, magischen Erfolgs und dieser Technologie, die ihr ja neue Wege beschreitet? Plattenspieler war zuletzt ein Marktsegment. Streaming haben wir jetzt gerade gelernten Marktsegment. All-in-one Komponenten war ein Marktsegment. Wie ist da die Abfolge? Ihr nehmt euch so ein Feld in den Fokus und dann fuchst ihr euch da rein oder sucht ihr euch Partner oder sucht ihr euch tolle Zulieferer, die das dann für euch machen. Wie ist da so die Logik in der Firma? Ich glaube, ja, wie du sagst, also das Geheimnis ist wirklich Teamwork. Also das heißt also, wenn niemand kann, kann das alles komplett beherrschen. Also nicht eine Einzelperson. Das heißt, wir haben ein Entwicklungsteam. Wir verbünden uns aber auch strategisch zum Beispiel mit externen Leuten. Und ich meine, du kennst mich, ich bin ja nun seit Jahrzehnten auch in der Branche unterwegs. Da kennt man sich natürlich. Es ist aber auch so ganz wichtig, was du angesprochen hattest. Unsere Zulieferer sitzen direkt neben uns. Oder wir sind da. 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 Richtig. Also und wir kennen uns ja auch schon, haben wir ja festgestellt, eine halbe Ewigkeit, mehrere Jahrzehnte. Und genauso habe ich es aber immer gehalten, langfristige Beziehungen aufzubauen mit Lieferanten, mit Kunden, um die ganze Welt. Ja und ihr habt ja jetzt mittlerweile ein gigantisches Produktportfolio auf die Beine gestellt vom Streamingplayer, Verstärker, Plattenspieler. Und da würde ich sagen, gucken wir uns doch jetzt mal die verschiedenen Produktbereiche an. Und du erzählst uns ein bisschen was dazu. Genau. Ich habe ja einige Sachen heute mitgebracht, beziehungsweise wir haben es ja hier zwischen uns auch aufgebaut. Der Kern der Firma ist nach wie vor Verstärker bauen. Also in jedem, egal wie gearteten System, muss immer ein Verstärker stecken. Ob es im All-in-One-Gerät ist oder hier unser Spitzenmodell, die großen Mono-Endstufen, der modulare Vorverstärker, die Phono-Vorstufen, die gebraucht werden für den Plattenspieler, gibt es auch immer in verschiedenen Preiskategorien. Und das ist ja das, wo ich immer sehr da hinterher bin. Wir haben Geräte, die quasi sich an den Technologien der großen Topmodelle bedienen. Und wir bringen dann etwas kleinere Modelle, die auch in Preisregionen einfach sind, wo man sagen kann, hey, komm, da kann ich mal gerne mit meinem Hobby anfangen und baue mich dann langsam auf. Das heißt, im Prinzip ist es die Technologie aus den großen Geräten, die du auch in den günstigeren Geräten kaufst, aber halt etwas abgestrippt, wie man so sagt. Einfach auch erreichbar zu sein, aber immer ein richtiges AVM-Gerät in den Händen zu haben. Okay. In den All-in-One-Geräten verwendet ihr aber etwas andere Verstärkertechnologie? Ja, zum Teil. Also das ist natürlich dem geringen Platz überhaupt geschuldet. Man muss ja hier unglaublich viel in einem Gerät, in einem Gehäuse unterbringen, was normalerweise ein Turmbau sonst immer früher zur Folge hatte. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen keinen Turmbau. Wir wollen auch keine Verbindungskabel zwischen den Geräten haben, sondern es ist alles in einem Gerät. Und das ist ja das, wie du vorhin gesagt hattest, auch alles mit einer einzigen App zu bedienen. Okay. All-in-One hatten wir jetzt schon gerade. All-in-One bedingt ja auch das Thema Streaming, wenn man sich mal so ein bisschen das Streaming-Portfolio anguckt. Bei AVM ist ja das Streaming-Portfolio ja eigentlich so ein bisschen in zwei Richtungen angedacht, wenn man sich das Portfolio so anschaut. Und einerseits als reine Streaming-Player kombiniert mit CD-Laufwerk in der Regel und andererseits ja als Streaming-Player dann auch in Vorstufen zum Beispiel. Genau. Also es gibt ja verschiedene Anwendungsbeispiele. Also das heißt also, hier bei den All-in-One-Geräten sieht man, die haben ja noch ein CD-Laufwerk drin. Denn normalerweise hat man ja noch eine große Sammlung, die einen riesigen Wert darstellt und die gibt man nicht weg. Es gibt aber auch zum Beispiel in anderen Märkten, zum Beispiel in Skandinavien ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass dort unsere Kunden praktisch keine CDs mehr haben und nur noch streamen. Das variiert, wie ich vorhin gesagt hatte. Wir müssen in allen Märkten versuchen, das richtige Produkt zu haben. Und hier bei uns ist es eben einfach so, zum Beispiel die Media-Player, das sind ja CD-Spieler mit einem Streamer eingebaut. Klar, man hat ja sowieso einen digital-Analog-Wandler da. Das passt ja wunderbar. Und das ist eben einfach auch immer ein normales Upgrade. Wenn ich meinen CD-Spieler hergebe, dann hole ich mir einen neuen CD-Spieler, kann meine CDs immer noch spielen. Der aber beides eingebaut. Genau. Kann aber dann in die Streaming-Welt auch aufsteigen. Genau. Und andersrum, für die Leute, die sagen, nee, brauche ich gar nicht mehr die Silberscheibe, die können dann ein Streaming-Modul oder den Streaming-Player direkt im Vorverstärker zum Beispiel mitkaufen. Genau. Und so ist auch dieses, was du vorhin ein großes Portfolio genannt hast. So ist es auch entstanden. Weil wir müssen in allen Märkten immer das richtige Produkt haben. Für jede Anwendung, auch hier ist ja jeder von unseren Kunden, ist ja immer wieder anders. Stichwort CD-Player. Du hast mir mal erzählt, dass ihr ein eigenes CD-Laufwerk bauen lasst oder bauen habt lassen, in einer Stückzahl, wo mir gelinde gesagt schwindelig geworden ist. Kurze Story dazu. Ja, bei der Stückzahl wird es mir auch immer wieder schwindelig. Aber na klar, es ist natürlich auch so, dass man sagt, wir möchten ein spezielles Ergebnis erzielen. Das gibt es nicht zu kaufen. Also, und da kommt wieder die Teamwork mit Herstellern oder mit Lieferanten ins Spiel, geht man hin und sagt, könnt ihr uns das bitte bauen? Wir hätten es ganz gerne so und so. Na klar, das ist eine Spezialentwicklung. Auch da Entwicklungskosten. Auch da muss man wieder mit Partnern, die man schon lange, lange kennt, viel Überzeugungsarbeit leisten, um dann eben wirklich das zu bekommen, dass wir sagen, und darauf sind wir ja vorhin auch schon eingegangen, das ist was Besonderes klanglich. Und auch nur, wenn es was klanglich Besonderes ist, dann kommt es auch in die Produkte rein. Dieses CD-Laufwerk entspricht ja wirklich diesem Redbook-Standard, wie ursprünglich die CD mal spezifiziert war. Also wir haben da nicht irgendein 0815-CD-DVD-Irgendwas-Laufwerk, sondern das ist ein richtig reinrassiges, hochkarätiges CD-Laufwerk, das ihr da einsetzt. Genau. Das ist ja genau der Knackpunkt. Also es gibt Standardlösungen, die sind aber meistens, basieren die auf DVD- oder Computerlaufwerken. Die können zwar eine ganze Menge Sachen, aber die sind, wenn man eine CD-Schnull abspielen möchte und da das wirklich klanglich maximale rausholen möchte, sind die Computerlaufwerke nicht ideal. Also, ich möchte unbedingt so ein Slot-Innen-Laufwerk haben, weil auch der Einbau eines Slot-Innen-Laufwerkes relativ wenig Platz in einem Gerät verwendet. Interessant, ja. Und man kann es federnd aufhängen, was mit einem Schubladenlaufwerk nicht geht, weil das blockiert ja so. Also mechanische Thema. Genau. Das ist also Trittschall oder andere Vibrationen von außen, wenn man einfach auch Lautmusik hört, kann es die wegkompensieren. So, jetzt geht man her und sagt, okay, gibt es nicht so ein Laufwerk. Also sucht man die Partnerfirmen auf, spricht mit denen und das dauert natürlich meistens eine ganze Zeit lang, die zu überzeugen, geht einher mit einer relativ großen Bestellung, wie du gesagt hattest. Ja, genau. Das lässt sich nicht vermeiden, ist aber auch logisch, denn wenn die da schon was Spezielles für uns machen, dann wollen die natürlich auch einfach mal sehen, das muss sich natürlich auch da orientieren. Die andere Sache ist die, wir entwickeln solche Dinge für die meistens in der Tiefe selbst. Und da sind die auch immer ganz überrascht, dass wir das können. Das ist aber auch, denke ich mal, eine der Kernkompetenzen von AVM, dass wir die Dinge, die wir anbieten, auch in den Details wirklich bis in die absolute Tiefe selber können. Genauso konsequent seid ihr ja auch bei der neuen Streaming-App vorgegangen. Da habt ihr ja auch, sagen wir mal, gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Nicht ganz. Also ich würde mal sagen, wir machen ja schon seit fast zehn Jahren Streaming-Geräte. Damals ging es eigentlich nur darum, dass das überhaupt erstmal funktioniert. Dass man überhaupt erstmal eine App hat, die steuert. Die kam dann auch irgendwann an ihre Grenzen und irgendwann wächst es nicht mehr weiter. Man stößt an der Decke und dann sagt man, okay, komm, wir machen jetzt einen Neubau. Das passiert ja jetzt gerade. Wir steigen ja gerade von der zweiten Generation, also Punkt-2-Geräte, auf Punkt-3 um. Die neue App heißt RCX. Passt also mit dem X auch zur X-Stream-Engine. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Mittlerweile in der Digitaltechnik sind in zehn Jahren fünf Generationen an uns vorbeigegangen. Und dann macht man einfach mal einen Absprung. Da ging es ja insbesondere um die Bedienung natürlich auch. Aber denke auch die Implementierung der Streaming-Plattformen, die heutzutage einfach standardmäßig dazu gehören. Klar, da ist ja jede Menge passiert. Da sind neue Streaming-Plattformen dazugekommen, neue Formate. Unser heutiger Streamer kann zum Beispiel auch schon DSD-Formate streamen. Das heißt, wir haben auch in der Ecke wirklich einen high-endigen Anspruch in der App. Der high-endige Anspruch ist ja immer da. Jetzt kommt aber dazu, dass wir den nicht nur klanglich machen müssen, sondern es muss auch einfach zu bedienen sein, intuitiv. Keiner möchte eigentlich die Zeit damit verbringen, eine Bedienungsanleitung über eine App zu lesen, sondern das muss sich einem selbst erschließen. Und da muss man eben sagen, bis man das hat, da vergehen Jahre. Klar, wir haben natürlich auch eine Generation von Apps schon vorher gemacht. Wir blicken auf das zurück und wir sind eben viele Leute, die wir untereinander das auch einfach testen können. Das Thema Ease of Use schlägt ja auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe, wie eure CS-Komponenten, also die All-in-One-Geräte insgesamt. Also ihr habt da ja eigentlich Technologien und auch Geräte, die für ein relativ breites Publikum auch gedacht sind, auch gemacht sind. Und da habt ihr ja auch den Mega-Erfolg an der Ecke. CS-Komponenten, was ist der magische Punkt hinter den All-in-Ones? Also in den CS-Komponenten, CS steht ja für Compact mit Streaming. Das ist ganz einfach zu merken. Da ist uns auch ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen. Und alle Technologien vereinigen sich hier in einem einzigen Gerät. Was möchte ich aber? Ich möchte ja nicht nur immer mit Geräten irgendwo im Schaufenster stehen oder auf Platz 1 einer Bestenliste, sondern die haben ja einen Zweck. Die sollen ja im Wohnzimmer Freude bereiten. Das heißt so, und von daher denke ich und meine ganzen Kollegen in der Entwicklung ja auch, dass wir sagen, okay, die müssen ästhetische Ansprüche erfüllen. Die müssen top verarbeitet sein. Also die sollen ja eine Zierde fürs Wohnzimmer sein. Na klar, klanglich sollen die alles genau so machen. Die sollen diese klangliche Signatur von AVM genau wiedergeben können. Wir wissen zum Beispiel auch nie, wie groß das Wohnzimmer ist, welche Lautsprecher da dranhängen. Aber wir können alle diese Dinge eben einfach erfüllen. Das ist einfach, wenn man diese lange Erfahrung hat, dann kriegt man das auch hin. Und letzten Endes auch die Technologien. Das heißt, das Thema CD-Player, das wir gerade besprochen hatten, das Thema Streaming-Player und das Thema Verstärkertechnologie, samt Module, die da noch einzusetzen sind, münden letzten Endes dann in so einem All-in-One-High-End-Produkt. Klar. Und auch das ist ja einer gewissen Entwicklung unterworfen. Also zum Beispiel, dieser All-in-One hat jetzt zum Beispiel auch wieder eine Top-Phono-Stufe vorne drin. Und zwar, na klar, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren hat niemand an das Revival der Plattenspieler gedacht. Das ist jetzt da. Ja, wir haben ja selber gute Plattenspieler mittlerweile. Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen. Perfekte Kurve zu einem Thema Plattenspieler bekommen. Ja, hier haben wir jetzt den großen Plattenspieler aus dem AVM-Portfolio, den 5.3. Und eine Spezialität an dem Plattenspieler ist ja dieser wunderschöne Tonarm. Vor allem auch die Lagerung von dem Tonarm. Hat es ja faustig hinter den Ohren. Klar, der hat jede Menge Details zu bieten. Einstellmöglichkeiten in alle Richtungen. Auch die Lagerung kann man ganz präzise und ganz genau einstellen, dass die praktisch ohne Spiel funktioniert. Der Tonarm selbst ist aus einem speziellen Aluminium-Material gemacht. Denn er muss ja jedes System, was es auf dem Weltmarkt gibt, muss er ertragen können. Okay. Das heißt, ihr achtet da auch auf Flexibilität, sodass ihr da praktisch mit verschiedenen Systemen auch kompatibel seid mit dem Plattenspieler. Klar, das ist ja das, was man auch ausprobiert. Wir haben mittlerweile ja auch unsere eigenen Systeme, die Orthophon für uns macht. Da machen wir auch kein Geheimnis draus. Wir bekommen spezielle Orthophon-Kadenzas. Cool. Das heißt, auch hier wieder eigene Technologie und wieder dieses System. Ihr sucht euch dann aber Partner, Spezialisten, mit denen ihr da zusammen dann das Produkt einfach noch besser macht, als wenn ihr das alles alleine machen würdet. Klar, genau so funktioniert es. Teamwork. Wir haben jetzt hier mal auf dem Tisch neben dir ein ganz neues Produkt von AVM. Vielleicht auch das wichtigste Produkt im AVM-Portfolio. Ich weiß es nicht. Den CS 2.3, euren kleinen All-in-One-Maschine, wie wir die liebevolle ganzen nennen. Erzähl uns ein bisschen was zu dem Gerät. Also das wichtigste Produkt, also jedes Produkt ist für uns gleich wichtig. Ob das jetzt unser kleinster Vollverstärker ist, denn der kostet ja immer noch jede Menge. Ob es unser größter Vollverstärker ist, ob es unsere großen Endstufen sind. Das ist unser kleinster All-in-One. Da verdichten sich, wie vorhin schon erwähnt, viele, viele Technologien auf engstem Raum. Und auch hier gibt es jetzt eben dieses Gerät begründet mit unserem Top-Modell, dem CS 8.3, ja eigentlich den Rahmen unserer All-in-One-Geräte. Du hattest mich vorhin auch schon mal nach Zukunft gefragt. Die Zukunft beginnt eigentlich heute. Denn wir haben jetzt in dieser Woche, wie wir uns gerade hier getroffen haben, damit begonnen, ein Zwischengerät zu produzieren. Also nicht nur zu entwickeln, das ist fertig. Das heißt dann CS 3.3, kommt im 43-Zentimeter-Format. Und die Besonderheit beim CS 3.3 ist die, es ist modular gebaut und Modularität ist ja bei uns ein ganz großes Thema, dass man eben einfach immer wieder upgraden kann, nachrüsten kann. Aus dem 3.3 kann man durch Einstecken eines Röhrenmodulus das Modell 5.3 machen. Wir haben ja, und das ist ja das, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, die Verbindung von Hightech-Vorwärtsgewandter Streaming-Technologie, die Digitaltechnologie mit, zusammen hier mit Analogtechnik im Plattenspieler, haben wir auch angefangen, unser Portfolio an Transistor-Verstärkerstufen vor einigen Jahren zu erweitern mit Röhrenstufen. Das bilden wir jetzt erstmals in dem Geschwisterpaar CS 3.3, 5.3 ab. Und wie gesagt, diese Woche war die Geburtswoche dieser neuen beiden Schwestergeräte. Sehr schön. Das heißt, ich kaufe mir quasi das kleine Gerät und wenn ich sage, okay, meine Anlage entwickelt sich weiter, ich kaufe mir mal einen besseren Lautsprecher, dann kann ich das Gerät sozusagen aufbohren, indem ich dieses Modul zusätzlich stecke. Ganz nebenbei, wir haben diesen Klangtest mal gemacht, zwischen dem 6.3, also dem großen Bruder, und dem 8.3. Da ist ja auch dieser Unterschied, dass wir am 6.3 ein Non-Röhrengerät haben und der 8.3 ein Röhrengerät. Der klangliche Unterschied ist deutlich hörbar. Und das gleiche Phänomen und den gleichen Vorteil haben wir jetzt hier bei der mittleren Gerätegeneration, der All-in-One-Geräte. Genau. Siehst du, da wollen wir ja ebenfalls versuchen und ich will versuchen mit meinen Kollegen, das auch in die Evolution-Line, in unsere mittlere Linie hereinzubringen. Das heißt also, die Ovation-Line, da haben wir natürlich unsere Erfahrungen schon gesammelt und jetzt möchten wir das auch einfach von der Einstiegsgröße, von der finanziellen Einstiegsgröße etwas erreichbarer machen. Also auch hier wieder das Prinzip getestet und für gut befunden in der großen Linie und dann Strip-Down in die etwas bezahlbarere Liga. Genau. So soll es sein. Sehr cool. Gut. Ja, dann haben wir hier natürlich noch ein absolutes Highlight. Euer Prunkstück, wenn man das so sagen darf, im Portfolio. Den großen modular gebauten Vorverstärker und eine eurer großen Mono-Endstufen. Die schauen wir uns nachher nochmal im Detail etwas genauer an. Genau. Was steckt in dem Vorverstärker? Da steckt natürlich jede Menge drin. Also die Modularität ist eigentlich so gebaut, das Grundgerät ist eigentlich nur eine extrem ausgefeilte Netzversorgung und sozusagen diese CPU, die alles verwaltet. So, jetzt will jemand zum Beispiel, der sagt sich, naja, ich möchte eigentlich mehr analoge Eingänge haben. Kauft man sich die Module, die man genau dafür braucht. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle. Ich möchte jetzt mehr digitale Eingänge haben. Jetzt wird es aber dann noch spannender auf der Ausgangsseite, denn da gibt es drei Steckplätze. Da kann man jetzt auch wählen zwischen Transistorausgangsstufen oder Röhrenausgangsstufen. Das heißt, man hat da auch ein bisschen unterschiedliche Klangcharakteristika, die man sich da verhalten kann. Da kann sich jeder seinen Vorverstärker zusammenbauen, wie er es gerne möchte. Klanglich, aber auch von den Anschlussmöglichkeiten. Also die Funktionalität letzten Endes, die halt benötigt wird. Wenn ich viele Digitaleingänge habe, dann kaufe ich mir eben dazu die passenden Digitalmodule. Wenn ich mehr Analogquellen habe oder CD-Player habe, der schon eine Anwendung hat, dann hole ich mir eben die entsprechenden Eingangsmodule dann auf symmetrischer oder unsymmetrischer Basis analog. Genau. Und hier passiert mit den Modulen noch was. Also das heißt also, man kann quasi das Grundgerät behalten und dann, wenn die Zeit fortschreitet, kann man sich neuere Module in einigen Jahren dazukaufen, denn auch wir lernen dazu. Es gibt neue Materialien, es gibt neue Superkomponenten, mit denen wir dann experimentieren und die bauen wir dann in die Module ein. Das heißt, auch hier haben wir so ein bisschen wieder diese Zukunftsorientiertheit und dieses Upgrade, diese Upgrade-Philosophie, die er auch vertretet. Ja, das ist ja für mich auch ein Thema, was heute Nachhaltigkeit genannt wird. Also das heißt, man behält sein Grundgerät, dieses Grundgerät wächst aber mit. Und das ist auch ganz einfach. Also das Grundgerät ist ja intelligent gebaut. Ich kann also Module reinstecken. Das erkennt immer vollkommen selbstständig, aus was bestehe ich denn jetzt, passt seine ganzen Steuerungsprogramme ganz automatisch an. Man muss gar nichts tun. Die Anzeige, die wir hier vorne sehen, die adaptiert sich quasi automatisch an die Module. Genau. Dadurch kann ich die immer Stand-by verwalten. Modul rein und das Modul meldet sich sozusagen an im Gerät und sagt, ich bin hier, verwalte mich. Genau. Man kann auch zum Beispiel, das ist ja auch ein beliebter Anwendungsfall, drei, vier, fünf Phonomodule reinstecken, wenn man zwei Arme oder drei Arme oder zwei Plattenspiele hat. Zum Beispiel, auch das ist möglich. Man kann bis zu acht hineinbauen. Denke ich mal, das ist ja auch ziemlich rekordverdächtig. Man kann Bi-Amping, Tri-Amping Lösungen machen mit Röhren oder mit Transistor oder gemischt. Also wie gesagt, da gibt es eigentlich, ich habe es noch nie ausgerechnet, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt. Aber ich glaube, da kann man lange erzählen. Also der ideale Spielpartner für eure Endstufen. Wir haben jetzt hier das Prunkstück, der Inbegriff eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen von AVM. Und ja, auch so ein bisschen die DNA, die Ursprungs-DNA von AVM. Ja klar, mit deinem Flaggschiff musst du natürlich alles zeigen, was geht. Hier gibt es auch keine Grenze. Also hier setzen wir uns auch finanziell keinen Rahmen. Was wir uns bei den kleineren Geräten natürlich schon tun. Aber hier wollen wir mal wissen, wie weit kann es gehen? Denn das ist ja der Technologieträger, aus dem dann später die kleineren Modelle eigentlich abgeleitet werden. Hier steht ja gerade, was die großen Endstufen angeht, wirklich in der absoluten Weltspitze. Und die Fähigkeit ist ja ein Stück weit auch dieses, ja, irrsinnige Leistungspotenzial, was diese Endstufen hier haben. Also Sie können einfach jeden Lautsprecher sinnvoll antreiben. Klar. Zu kombinieren mit, ich nenne es jetzt mal musikalischem Sachverstand. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie entwickelt sich so ein außergewöhnliches Gerät? Ja, du hast ja genau den richtigen Punkt schon angesprochen. Wir wollen ja nicht den stärksten Verstärker der Welt bauen, sondern wir wollen einen bauen, der soll erstmal jeden Lautsprecher, wie du sagtest, antreiben können. Und im Resultat soll die Musik so wiedergegeben werden, so nah wie möglich an dem Original wiedergegeben werden. Und zwar so, dass es nicht anstrengend ist. Also ich nenne es immer entspanntes Langzeithören. Man lässt sich in seinen Sessel fallen, kann gar nicht aufhören, die nächste Platte, die nächste CD, den nächsten Stream zu machen. Musik ist ja auch wirklich ein großer Entspannungsfaktor. Das ist ja ein kleiner Mini-Urlaub, den man da eigentlich begeht vor seiner Anlage, wenn es richtig gut klingt. Und das merkt man eben sofort. Das berührt einen hier am Herzen. Und das ist genau das, was auch so mühevoll ist. Klar, technologisch kann man alles Mögliche machen, irgendwelche Messwerte und sonst was. Aber das Entscheidende ist eigentlich, das komplizierteste und komplexeste Messinstrument haben wir zweimal, links und rechts, an unserem Kopf. Und da müssen die Geräte Bestand haben. Ich bedanke mich für diesen tollen Einblick in die Welt von AVM. Immer gerne. Und ja, wir hören und sehen uns bestimmt demnächst im HiFi Forum. Und wenn Sie selbst mal sich von den Qualitäten der AVM-Komponenten überzeugen möchten, würden wir uns natürlich super freuen. Rufen Sie uns an, machen Sie Ihren Hörtermin aus. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Podcast. Servus. Bye-bye. Danke. Danke dir, Heiko. 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 Danke dir, Danke dir, und Herr. Danke dir, riesig und bis zumườii